Wurde ich die Mauern innen stellen. Wieso Mauern? Wollt ihr vielleicht nicht erstmal eine Behausung oder sowas bauen? Mauer. Ja, wir bauen ja ein Haus, Patti. Ja, eben. Das ist meine Behausung. Warte mal. Ey, oder hast du schon das Haus? Ich bau grad den Boden. Oh, ne gescheite Behausung. Was heißt gescheit? Ich hab eins von den Fertighauser genommen. Wie fand das? Ich seh grad noch gar nix. Wenn man's platziert hat, kann man da auch abbrechen, oder? Ja. Wie denn? Habe ich mir nie ausgegeben. Von hier gehst du einfach C. Ach, herz. Beziehungsweise... Ja? Ja, doch eben. Nee. Nee, das größere. Ach, Quatsch. Juli, wir können auch später ein größeres bauen. Es geht jetzt erst einmal... Was hast du hier vor? Ein Boden. Ein Boden. Ja. Warum ein Boden? Juli, dann das hier. Du weißt schon, dass du mit diesem Boden so nichts anfangen kannst fast. Sollte ich ihm nur so gesagt haben. Ja, aber wir haben doch letztes... Wir haben doch letztes Mal da ein Haus gebaut. Aber nicht so. Wie dann, ne? Juli, warte. Ach, es ist so anstrengend mit Leuten, die sich nicht auskennen. Ja. Ja, Juli, lass sein. Da steht doch... Da steht doch... Da steht doch Custom Floors. Ja, aber... Kannst du etwas größer ziehen? Wie? Wie kann man das ziehen? Ah, gute Frage. Warte. Oder was denn denn ein anderes? Was denn? Warte. Alles gut. Ich bin hier schon gerade am Machen. Ja, ja. Ja, aber wie zieht man? Ich hab... Da gab's keine... Hä? Welches ist denn das Richtige? What? Warte, 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 warte. Das zum Beispiel! Du bist nach dem Kack, weil's im Boden hängt, aber das zum Beispiel. Hä, und was hast du jetzt da genommen? Ich hab die... Foundation genommen. Der Foundation. Ach so, und darauf kann man dann erst die Dinger machen, die... 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 Das mach's da gerne. Kann ich da jetzt sterben? Ja. Kannst du, ja. Ne, Okay. Alles gut. Warte. Aber ich würde noch ein bisschen Holz holen, weil... Ja, dann... Wir brauchen jetzt mehr dazu, woher wir gebaut... Du... Du willst nicht, nicht. Du mach' bauen können. denn jedes Haus aus Schmerz und Wohin das mit Bekord und dann nehmen wir die Wangen zurück so zum Beispiel so dort bitteschön wenn sich die Stiftung Loks alle um okay Komm. Ach ihr habt jetzt schon eine Foundation, warum denn so hoch? Damit. Weil es sonst in den Boden gehen, außerdem ist es so besser. Sicherer gegen die Viecher. Außerdem kannst du auch eine Kack-Kreppe bauen. Ach da. Hör bitte die Fresse. Es ist so anstrengend gerade für dir. Ja, Jüdi ist doch immer so. Ja, leider. Du sollst den doch kennen. Ja, leider. Da. Da, Boots. Jetzt bin ich schon wieder durchs Feuer gelaufen. Was machst du auf dem Feuer? Ja, ja. Welches Feuer? Bist du dein? Unser Lagerfeuer. Ich dachte, du wärst mitgekommen. Ja, hab ich gerade schon gewundert. Ne. Du hast vorhin gesagt, ich würde noch Holz holen gehen, aber dann kommst du mit Holz zu nehmen. Borgel. Beder. Sehr schön. Hier hinter diesen Viecher. Aua. Die Viecher sind bei mir. Du brauchst zu rechnen. Ich brauch 49 Loks. 49? Ja, dort. Ich fisch mal schnell. Ja, mach mal. Wenn hier irgendwelche Fischis sind oder so. Ach komm her, du Sau. Das wird zum Beispiel schon mal so ins Wasser rein. Mit Lust auf dich. Ähm. Ist die Kinder? Okay. Schweb, 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 schweb der bei dir auch? Wo? Passt schon, alles gut. Da habe ich mir gerade nur duf". Nichts ausgegeben ist. Ah. Viele fische kommen mit den 4. Ehe, ja. Dann laufen. Ja, dann. Dann laufen. Dann kommt mal. Ach, auch Mulder. Dann komm mal das Holz sammeln. Nicht so. Machen wir so viel rumliegen ja ja wenn ein Baum jeweils vier Lok sind und wir jetzt schon fünf Bäume gefällt haben ja Juli wird trotzdem sein eigenes Baum ja gut Mathematik ich hätt' dich so ausgelacht und es ist kaputt gegangen ich hätt' dich so voll ausgelacht geht die Sachen kaputt ja natürlich gehen die Sachen kaputt wenn die einfach 500 Meter in Luft gestoppt werden wir brauchen noch einen Wagen dann Bauern in den Augenstern Hasen erwischt mit dem Baum, super keine Ahnung ich sehe hier nur in den Hasen liegen der Platt war scheiß ich hab keine Sticks dann hol dir weg Amt hat jemand ein Stick? für dich? ich hab ne 3 und ich hab ne 10 ja dann mach doch bitte das da rein ich wollte es mit einem Stick echt so also wofür brauchst du bitte schon einen Stick? damit ich nur zwei mal laufen muss damit ich nur zwei mal laufen muss ich muss auch dein mal laufen fette Sau nee 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 wir könnten auch Fische mitnehmen das ist ja auch gemacht aber auch gerade doch welche gewünscht manche dann noch mit Marais Wuhu wunderschönlich irgendwo ja die die Wagen sind seit dem letzten Update richtig Scheiße gewordenen wie die sind die Tücher schon in der Pagli gewesen aber nicht so Fertigungen gegen den Stein und fliegt einfach 500 Kilometer in die Luft da war nicht immer so, oder? das ist schon als wir es letztes Mal gespielt haben, man kommt und nicht guten Jahrhundert und die Teile waren schon immer recht verstanden und das sind Viecher bei mir ist es Tag ja, hallo, kam noch bei Tag und die wissen wo du bist, kommen die immer hallo ich brauch ja, Sekunde, lass uns mal hier etwas machen what the fuck, ich hab gedacht, die kommen nur bei Nacht die kommen immer hä, Nico, wir wurden doch letztes Mal bei Tag nicht angegriffen ja, weil die greifen nur an, wenn sie wissen, wo du bist boah und Juli ist tot, ich lauf schon mal hin äh ja, ne, bis ich da bin, ist er komplett tot nö doch Juli überlebt nicht so lange stimmt, das ist Juli komisch, ich hab einen Wagen dabei, tschüss äh das war kein Wagen mitnehmen, du so, Lella, bitte so, Lella, kann man drauf, draufhauen, oder äh ja, gib den Gnadenstoß ja, gib den Gnadenstoß danke achso, und die Viecher verschwinden danke die Viecher verschwinden, wenn wenn keiner mehr da ist die Bäume nachwachsen angemacht, Juli wo kann man das anmachen? Gameplay äh, muss ich jetzt das bei meinen Optionen einstellen? ja hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm on allow building destruction on tree regrows, oder wie das heißt äh, regrowing trees hab ich jetzt auf on genau, auf on sehr schön ich bin wird es sind die Spitzspieler zum ersten Mal wir haben letztes Mal dreieinhalb Stunden aufgenommen das muss gleich nicht komplett und im Spiel gibt es sogar Tauchanzug in dem spiel der Leuchtpistole ja das weiß ich es hat der Axt und dann rostige Axt und eine Axt von den von den Mongos das ist die rostige Axt warum ist die Rost das sind ja die ganzen Köpfe und die Gliedmaßen dran das ist keine Axt ist eine Waffe von denen ach so das war die Waffe Stimmt weil ich habe keine Ausdauer es ist wieso passt das so aufnehmen ja mehr wie du ah du bist doch schon ein bisschen molliger geworden ja aber ich 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 auf Welt ich muss uns schatten über mich ich 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 3 umfeld also dass es da immer noch so grafikbugs gibt lustig wenn du den baumfeld gerade in dem baum stehst ja fliegst einfach mit hoch hatten wir nicht drei wägen steht da hinten irgendwo m das ist dein Wagen Juli da bist du für verantwortlich hey meine wurde fertig gebaut ja und der steht da hinten irgendwo wo du ihn hast stehen lassen der steht jetzt hier unten der wurde doch gerade fertig gebaut als sie runtergekommen sei so, dann steht nico da noch da oben wo er ihn vergessen hat stimmt ich dachte man ist schneller runter ja ich spring schon wieder rum dann sammle ich hier schon mal und ihr kommt halt runter mit euren Wegen ähm euch verfolgt euch jetzt gleich ein Vieh mein Gott kommt vor ja oder greift es mich jetzt schon wieder ja ich bin natürlich wieder auf Juli ich nehme auf die kleinen Decken ja Juli ich hier schon warum laufen die am Tag rum hier schon was fertig und trocken ist sei Schnee doch Fleisch muss eigentlich schon fertig sein ich hab was vergessen das kann es nur unternehmen ich muss beim ersten schon obwohl die ersten zwei die ersten zwei habe ich nach und so ist es dann ich kann es nur unter ich kann nur ekligen zum Unternehmen schon bei dem Wicht mit dem Wicht mit dem Kanzel und der Schöpfung der Schöpfung der Schöpfung der ich gucke ja das ist magisch hey hier das ist ja normal sein anderes eigener n 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 und der Bäume bei Tee ohne Witz es ist bald keine Bäume n Juli ich bin manchmal ein bisschen da ich bin wieder gestoppt nein gekortzeit ist man nicht gestorben ich mache mir was zu essen hier mit dem Ball naja mach mal einen guten ne so so perfekt tschüss nasen essen aua warum hört man die nicht die hat man vollgas gehört von was denn wenn die her sprinten was gar nicht dann hast du vielleicht die Samusmittel gestellt ja eben das muss ja das muss ja im Verhältnis zu euren Stimmen sein also ja natürlich das Spiel lauter und das Spiel lauter und dann ist alles wieder gut das meine Profis arbeiten hier dann wärs und ich spreng schon wieder rum wie ein Beklopter ja hallo ja hallo ja hallo bitte hm 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 ne ja bo m ja ja gebaut man wird weil es für cool aussieht das war oje 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 ich höre was bei mir hier was bei mir ganz schön muss es da Komiko eine blockiert einer moment ich hab hier einen vogel der geht zu dir steht bei dir und dann die körper mitnehmen ganzen körper leider kann man die nicht auf den wagen packen ach so du kannst nicht beides gleichzeitig weil die knochen die sind schon super die rüstung die als gut also wo man das letzte mal so gespielt haben hat der wagen nicht so gepackt es kann wirklich mit letzten updates von vorn Pater das aber auch schon das das war sehr schön soll ich sich jetzt hier stehen lassen oder bauen wir da hinten weiter das das war kurz was schon und zwar ihr habt es nur noch einen Tügel nee so ja genau so gar richtig komisch ja perfekt da so machen wir die zuerst fertig dann kannst du das zweite Rostet oder gut danke ja ich muss essen dann mach mal ist es hier normal dass es hier so krumm ist es nur ein stück kohle irgendwo im feuer zu messen Pedi guck mal hier ist es normal dass es hier so krumm ist die Wand geht da sozusagen da und lang ist es alleine ach so ok auf einer insel gelandet ich glaube da ist sie mit mir egal seit wann steht das teil hier ist und immer ist dann immer was welches das das stand gerade eben nicht einfach das ist doch nichts ich hab das gerade weg gehauen ist nichts war noch nie was liegt bei dir jetzt hier nichts auf dem boden liegt bei mir hier ein stein derzeit schon da ok bei mir stimmt gerade so wie nennt sich das das was die aufbauen ja das stand gerade bei mir Juli geh mal auf den wagen drauf ich will was ausprobieren ohja ja aber ich will mir den wagen auch mitnehmen ach so ja ok danke warte ich bin hungrig warte ich bin hungrig ja dann kann das nicht 11 hier liegen lauter knochen was wollt ihr denn mit dem machen auf sammeln rüstung bauen dann haben nun so das immer sehr sehen ob sie auf einem wagen aber es geht die komische zahlen und wenn man das ist jetzt nie auf wir würden zwei sind es auch locker noch zwei stück hin passen aber irgendwie gut ja 11 maximus bildet Wieviel Knochen braucht man für eine Bone-Armor? Fünf plus zwei Stoff oder so. Lass mal schauen, dass man diesen scheiß Viech jetzt noch nicht aufregt. Drei Stoff. Drei Stoff. Und wie viele Knochen? Fünf Knochen, wenn ich's richtig gesehen hab. Aber du kannst mehr, äh... Rüstung machen, also du kannst, du sollst mehr. Ich weiß. Jee, einsperren. Einsperren in den Teil, das noch nicht mal zu ist. Ihr kommt nicht rein jetzt ohne Treppen. Okay, überzeugt.